Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und wir sprechen heute darüber, wie du das neue Schuljahr so richtig crushst. Weil, klar, du hast deine Ambitionen, du hast eine neue Möglichkeit in Form von einem neuen Jahr vor dir und jetzt natürlich die Frage, Leo, wie kann ich mich da denn auch richtig vorbereiten? Und das ist so entscheidend. Und zwar damit meine ich noch gar nicht mal primär das Vorbereiten, sondern vor allem das richtig Vorbereiten. Denn so viele wollen immer, wenn sie sich auf irgendwas vorbereiten, wollen sie es immer so machen, dass es passt. Sie wollen es irgendwie immer so machen, dass, keine Ahnung, Leo, welchen Stift soll ich mir kaufen, damit ich richtig schreibe? Welchen Ordner soll ich verwenden? Ist ein Heft oder ein Block besser? Und so weiter. Und sie versuchen quasi in allen einzelnen Details alles richtig zu machen. Aber Vorbereitung findet niemals in der Außenwelt statt, sondern vor allem im Kopf. Was meine ich damit? Ob ich mit diesem Kugelschreiber schreibe oder mit dem anderen wird meine Not nicht wirklich verändern. Ob ich jetzt in einem Heft oder einem Block schreibe, wird es nicht wirklich verändern. Sondern was dein Erfolg wirklich verändern wird, ist hier oben. Deswegen, anstatt dir Gedanken darüber zu machen, welche Dinge du haben solltest oder auch welche Handlungen du haben solltest. Leo, was ist die beste Lerntechnik? Was ist, was ist, keine Ahnung, die beste Zeit um morgens aufzustehen? All die Sachen, vergesst die im allerersten Moment mal. Das spielt nicht so eine große Rolle. Das ist manchmal, danach ist es super wichtig. Aber im allerersten Moment ist es wirklich scheißegal. Sondern die einzige Frage, die du dir als richtige Vorbereitung stellen solltest, ist, wo möchte ich eigentlich hin? Du brauchst ein Ziel. Du brauchst ein ganz klares Ziel. Und das Geile ist, Ziele setzen kann im Leben manchmal extrem schwierig sein, weil das Leben sehr komplex ist. Und es total viele Variablen gibt, die man mit einberechnen muss und so weiter. Aber im Abitur ist es unfassbar einfach, weil du ganz genau am Ende eine einzige Zahl bekommen wirst. Und diese Zahl wird ganz klar beispielsweise dieses Studium ermöglichen und das vielleicht nicht. Und es geht doch nicht darum, dass du dich über diese Zahl definierst. Das sollst du auch gar nicht machen. Sondern du sollst für dich selbst in der Oberstufe das Beste geben. Und das Beste kann man dann geben, wenn man sich ein ambitschnittes Ziel setzt. Und dieses Ziel kannst du dir in der Schule sehr klar setzen, weil es eben über die Noten so klar definiert ist. Deswegen, als allererste Sache, als allererste Sache, schreib dir unbedingt, unbedingt dein Traum-Abitur-Noten-Schnitt auf. Schreib ihn dir auf. Und zwar jetzt sofort. Nimm dir einfach einen Stift, einen Zettel, den du dann irgendwo hinhängst und schreib es auf. Weil du sagst vielleicht, oh ja, habe ich schon mal gehört und mit uns weiter, aber ob ich das ausschreibe, so macht vielleicht keinen großen Unterschied. Es macht einen riesen Unterschied. Lass mich dir eine kurze Story erzählen, ja. Als ich in der 11. Klasse war, wollte ich die Schule teilweise sogar abbrechen, weil ich so keinen Bock drauf hatte. Ich fand es einfach unnötig, was man da gelernt hat. Und zum Anfang der 12. Klasse habe ich dann gemerkt, hey, es geht vielleicht gar nicht so konkret um die Inhalte. Es geht vielmehr darum, welcher Mensch ich hier werden kann, wenn ich wirklich alles gebe. Und welche Skills ich dadurch lernen kann für mein späteres Leben. Und dann habe ich mir zum Anfang der 12., als wir in der allerersten Mathestunde für dieses Jahr wieder saßen, habe ich mir meinen Namen in mein Buch geschrieben, muss man ja immer, wenn man die Bücher zum neuen Schuljahr abholt, machen. Und ich habe neben meinen Namen, da stand Leopold Eckel, und ich schreibe neben meinen Namen NC Doppelpunkt 1,5. Mein Notenschild war da bei 1,8, 1,9, irgendwie so. Wenn ich sogar fast bei 2,0. Und es gab eigentlich keinen konkreten Grund, warum ich jetzt irgendwie diese 1,5 schaffen sollte. Ich hatte mir das weder kurz nachgerechnet, noch hatte ich jetzt irgendwie auf einmal übelst die krasse Motivation, wieder richtig gut zu sein. Aber, nach all dem, was dann passiert ist, kann auch diese Story gerne nochmal, wann anders nochmal eingehen, hatte ich schlussendlich am Ende einen Abischnitt von 1,4. Sogar noch 0,1 besser, als ich mir damals aufgeschrieben hatte. Und das ist das Krasse, ich habe es mir aufgeschrieben, obwohl ich es weder zu dem Zeitpunkt so unbedingt wollte, ich hatte weder dieses unfassbare Verlangen, noch habe ich irgendwie gedacht, wie das realistisch sein soll. Aber ich habe es dann trotzdem getan. Und schlussendlich ist es rausgekommen. Und das ist einfach so eine wichtige Sache. Irgendwann werde ich mir nochmal in meine alte Schule fahren, dieses Mathebuch raussuchen lassen. Und das euch nochmal zeigen. Weil es so eine epische Story ist, es ist einfach so unfassbar episch. Und deswegen bitte macht das. Bitte, bitte macht das. Denn wenn du diesen Noten-Schnitt mal hast, kannst du anfangen darüber nachzudenken, was muss ich denn tun, welche Dinge brauche ich denn, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, du denkst vom Ziel her und nicht immer von deinen Dingen und Sachen. Weil es gibt so viele Dinge, die du haben könntest, es gibt so viele Sachen, die du machen könntest. Da verlierst du komplett den Überblick. Wenn du dir aber nur ein konkretes Ziel setzt, können alle Handlungen sich automatisch nach diesem Ziel herziehen. Das heißt, du sagst, okay, du weißt dann, okay, dann muss ich einfach mehr lernen. Dann ist die Frage, wie kann ich mehr lernen? Wie kann ich den meisten Stoff verarbeiten? Okay, dann fragst du dich, was sind die richtigen Lerntechniken? Oder wie kann ich möglichst schnell schreiben? Dann überlegst du dir, okay, welchen Shift kann ich denn dafür nutzen, um möglichst schnell zu schreiben? All diese Details ziehen sich dem nach. Aber im allerersten Moment musst du dieses klare Ziel haben. Deswegen schreib gerne auch dein Ziel jetzt schon in die Kommentare, dein Notziel, damit alle Bescheid wissen. Ja, das ist auch eine supergeile Aufgabe, wenn du es nicht nur für dich aufschreibst, sondern das auch im Prinzip öffentlich machst. Deinen Namen kennt dir vielleicht jetzt fast niemand. Aber trotzdem ist es gewissermaßen öffentlich. Und ich merke mir auch immer wieder die Namen bei den Kommentaren. Da kann ich dich fragen, hey, wie läuft es mit deinem 1.0-Abi? Hey, wie läuft es mit deinem 1.9, mit deinem 2.9, mit deinem 2.5.2.0? Was auch immer es ist, schreib es auf, damit ich auch Bescheid weiß. Mega nice. Dann, wenn du das hast, kann sich jetzt eben alles danach ziehen. Das bedeutet, setz dir unbedingt, unbedingt Halbjahresziele. Wenn wir uns jetzt für das große Ganze, wenn wir uns für das große Ganze, für das Endresultat, die das Endziel, da diese Note gesetzt haben, bitte nicht versuchen, jetzt alles komplett durchzuplanen. Kannst du gar nicht. Sondern versuch dich nur auf das 1.5 Jahr, was jetzt vor uns liegt, zu konzentrieren. Auch nicht auf das ganze Schuljahr, nur auf dieses 1.5 Jahr. Und setz dir da für jedes einzelne Fach ein Notenziel. Das heißt, du sagst beispielsweise, ich will insgesamt 1.5 haben. Und dann, 1.5 ist ja irgendwas so zwischen 13 und 12 Punkten. Dann sagst du beispielsweise, um ein bisschen ambitioniert zu sein, ich will überall 13 Punkte schaffen und vielleicht in manchen Fächern wohl nicht so gut bis 12. Oder du variierst das beispielsweise, du bist in Mathe und Physik sehr gut, sagst du, da will ich 14, 15 schaffen. Und in Englisch und Deutsch bist nicht so gut, sagst du halt, da will ich nur 10 schaffen. So, dass du es sich halt irgendwie ausbalanst. Und, dass du schlussendlich auf dein Endresultat auch kommen kannst. Diese Sachen könnt ihr natürlich auch gleich direkt noch dazuschreiben in euren Kommentaren, damit Leute auch sehen, ah, okay, man kann vielleicht auch, wenn ich jetzt, manche versagen vielleicht komplette Mathe und haben nur 8 Punkte. Und du setzt dir vielleicht auch nur 8 Punkte als Ziel in Mathe. Aber dafür in vielen anderen Fächern vielleicht viel bessere. Wo du durch die andere Leute vielleicht auch wieder sehen könnt, ey, krass, die setzt sich als Ziel 1,3, glaubt aber in Mathe nur 8 Punkte zu schaffen. Dafür ist ja auch in allen anderen Sachen voll gut. Vielleicht kann ich, wenn ich in Mathe nicht so gut bin, auch dadurch, dass ich in allen anderen Fächern extrem gut bin, das Ganze ausgleichen. Deswegen schreib bitte auch immer unter die Videos Kommentare, die andere Leute inspirieren. Mir ist das so wichtig, dass wir uns gegenseitig pushen. Das bedeutet für mich nämlich auch AA-Team, also Abiturathleten-Team. Dann, nächster Punkt. Wenn du dir den Halbjahresziel gesetzt hast, hast du noch mehr Fokus. Weil, es ist nicht mehr nur, dass du sagst, oh, ich will jetzt 1,5 schaffen. Und das ist zwar ein geiles Ziel und sehr konkret, aber du weißt nicht genau, wie du da jetzt hinkommst. Weil, wenn du die Halbjahresziel hast, dann weißt du ganz genau, okay, ich muss in dem Fach jetzt die Nose schaffen. Das ist schon wesentlich greifbarer. Dann kannst du nämlich zu deinem Stundenplan gehen und dir überlegen, okay, an welchem Tag habe ich welche Fächer? Solltest du jetzt meist mittlerweile schon kennen, für die Leute, die dann später, für die es ein paar Wochen erst losgeht, die wissen, können das ja dann da machen. Das bedeutet, du schaust deinen Stundenplan an. Und auch da kannst du wieder richtig konkret planen, weil du jeden Tag, an jedem Montag hast du die gleichen Fächer. An jedem Dienstag hast du die gleichen Fächer. An jedem Mittwoch hast du die gleichen Fächer. Nicht Montag und Dienstag gleich, aber an jedem Montag die gleichen und an jedem Dienstag die gleichen. Deswegen, übelst geil. Du weißt ganz genau, was jeden Montag auf dich zukommt. Überleg dir dann auch, was muss ich beispielsweise für den nächsten Tag in der Regel lernen und plan dir dann sogenannte Learning Rounds. Ja, ich nenne es Learning Rounds. Oder auch Lernsessions oder Lernzeiten, wie auch immer du es nennen bist. Ich finde, Learning Rounds klingt einfach im Geisten. Je mehr Englisch, desto cooler meistens. Genau, wo du dir dann sagst, ey, ich lerne beispielsweise montags, habe ich vielleicht Nachmittag bis 16 Uhr. Dann sagst du dir da, wenn ich von der Schule heimkomme, mache ich die Rechnung noch irgendwie von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr noch kurz ein paar Hausaufgaben, die ich aufbekommen habe, chill dann und dann mache ich abends nochmal von 19 bis 20 oder von 19 bis 21 Uhr Vorbereitung auf den nächsten Tag. Dann sagst du dir, Dienstag hast du beispielsweise keinen Nachmittag. Dann sagst du, okay, Dienstag habe ich aber Mittwoch und Donnerstag richtig viele wichtige Fächer. Dann mache ich eine richtig krasse Learning Round von 14 Uhr bis 17 Uhr. Was weiß ich. Und dann abends nochmal. Dass du dir auf jeden Fall schon mal einen konkreten Plan schreibst. Okay, da, 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 lerne ich. Ich werde nochmal darauf eingehen, warum es so unfassbar wichtig ist, dass du dir eben solche Learning Rounds kreierst, weil du da einfach so einen viel klareren Fokus hast. Aber dazu auch nochmal ein extra Video. Könnt ihr euch auch gerne nochmal in den Kommentaren wünschen. Dann, wenn du das hast, diese Learning Rounds. Umsetzung. Leute, Umsetzung ist das Allerwichtigste. Leute wollen sich immer auf große neue Dinge, wie so ein Schuljahr vorbereiten. Und yeah, und dann mache ich das und das und das. Und schreiben ewige Pläne. Versuchen auch noch jedes Detail zu planen. Und am Ende machen sie Zero davon. Und es liegt einfach nur daran, weil sie denken, dass das, was sie sich als Plan vornehmen, sie automatisch machen werden. Und verstehen bin ich falsch. Sich ein Ziel setzen und konkret planen. Das ist super wichtig. Das ist super wichtig. Aber es ist nur ein Katalysator. Es ist ein Katalysator. Jetzt habe ich meinen fucking Stift verlassen. Es ist ein Katalysator dafür, dass du es effizienter umsetzen kannst. Das ist so eine wichtige Sache zu erkennen. Planen hat nur einen einzigen Zweck. Und zwar die Umsetzung leichter zu machen. Das bedeutet, du kannst so viel planen, wie du willst. Wenn du nichts umsetzt, bringt dir das gar nichts. Das ist wie ein Katalysator eben in der Chemie. Ein Katalysator senkt die Aktivationsenergie, die notwendig ist, um die Reaktion in Gang zu bringen. Wenn du aber diese Reaktion nie in Gang bringst, ist es scheißegal, wie viel der Katalysator das denkt. Weil es passiert ja sowieso nichts. Deswegen, überleg dir ganz konkret darüber. Was hast du in der Vergangenheit hinsichtlich der Umsetzung extrem gut gemacht, wo du weißt, okay, wenn ich das mache, dann performe ich immer sehr gut. Beispielsweise gesunde Ernährung, Sport, sonst was. Integriere das auch gleich in deinen Wochenplan. Wie gesagt, zum Wochenplan kommt nochmal ein extra Video. Das zum einen, dass du das verfestigst, wodurch du in der Vergangenheit gut gefahren bist. Und gleichzeitig, noch viel wichtiger, überleg dir, was kann mich daran hindern? Das, was ich mir gerade durch dieses Video hier vorgenommen habe. Was kann mich daran hindern? Schreib dir all die Sachen auf. Das sind bestimmt locker drei, vier, fünf richtig große Sachen. Vielleicht noch sieben, acht, neun, zehn kleinere Dinge. Und fokussier dich dann vor allem auf die drei, vier, fünf Sachen, die richtig groß sind. Beispielsweise ein Elterndienstzimmer kommt, Freunde, die was mit dir machen wollen. Dein Handy, was sich ablenkt, deine eigene Faulheit. Weil schreib dir diese Dinge auf, warum sie dich aufhalten, wie sie dich meistens aufhalten. Und vor allem, welche Gegenmaßnahmen du dagegen ergreifen kannst. Beispielsweise Handy weg. Zum Handy wird auch ein extra Video kommen. Eltern sagen, bitte kommt nicht in mein Zimmer, während ich lerne. Hängt vielleicht ein Schild draußen an die Tür. Bei den Freunden. Sag denen, hey, ich will, lass uns am Wochenende was machen. Aber unter der Woche will ich mich auf die Schule konzentrieren. Und all diese Dinge. Weil wenn du dir im Vorhinein, im Vorhinein schnüppeligst, okay, was muss ich machen, damit ich das, was ich mir hier als Plan gemacht habe, auch wirklich umsetzen kann. Dann hast du eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass du das auch wirklich umsetzt. Deswegen in dem Sinne, zieh das durch. Das ist vorneweg mal das Wichtigste. Wie gesagt, wir werden im Laufe des Contents noch tiefer in die einzelnen Details gehen. Ihr könnt euch zu jeglichen, egal wie nischig die jeweilige Frage ist, stellt die Frage in den Kommentaren. Ich mache ein Video dazu mega gerne. Ihr könnt mir auch, wie gesagt, immer auf Instagram at leo-eckel per DM schreiben. Dann kann ich auch, wenn es vielleicht was Privateres ist, was ich vielleicht gar nicht in dem Video behandeln kann, weil es nur um dich geht, kann ich auch da beantworten. Deswegen schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auf Instagram at leo-eckel. Und ansonsten glaube ich wie immer an dich. Wir beide sehen uns morgen schon im nächsten Video. Dein Leo. So, Crushed für der Julia. Aber richtig.